bannicke weinkostflüssig hallo und herzlich willkommen in der schüttel schule von bannicke.de heute machen wir wieder einen absoluten klassiker und zwar den tom collins collins ist eine drinkgruppe da handelt es sich um sours die dann mit soda aufgespritzt werden tom collins ist gin basiert was wir also brauchen ist zuckersirup und zitronensaft und dann zu guter letzt soda der drink wird zunächst geschenkt wir brauchen 6cl gin dann 3cl frischen zitronensaft und 2cl zuckersirup dann wird der drink zunächst geschenkt 2cl zuckersirup dann und dann in einem long drink glas abgeseit zu guter letzt und dann so da hinzu was den Tom Collins erst zu einem Collins macht hier empfiehlt sich natürlich die Zugabe eines Strohhalms und als Deko ein paar Johannisbeeren und fertig ist der Tom Collins Tschüss Musik 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 Musik